Vor drei Wochen hat die CEO von YouTube, Susan Budziski, in einem Brief verkündet, bald alle privaten Kanäle schließen zu müssen. Grund dafür sei eine neue Urheberrechtsreform der Europäischen Union. Das halbe Internet eskaliert momentan und fragt sich vor allem eines. Stirbt YouTube, wie wir es kennen? Wir klären heute mal für euch, was tatsächlich hinter Artikel 13 im neuen Urheberrecht und Uploadfiltern steckt. Außerdem erfährst du, was du dagegen tun kannst. Im Sommer dieses Jahres hat das EU-Parlament eine neue Urheberrechtsreform beschlossen. Besonders umstritten sind Artikel 11 und 13, weil sie mit Linksteuern bzw. Uploadfiltern in Verbindung gebracht werden. Um zu verstehen, wie das mit YouTube und deinem Internet zusammenhängt, schauen wir uns Artikel 13 mal etwas genauer an. Doch was bedeutet Artikel 13 überhaupt? Artikel 13 sagt, dass jede Internetplattform, also zum Beispiel YouTube, für die Urheberrechtsverletzungen der hochgeladenen Inhalte vollständig haftet. Verletzen Nutzer, also Rechte Dritter, indem sie fremdes geistiges Eigentum hochladen, haften nun nicht mehr sie selbst, sondern YouTube. Die Folge, YouTube muss während des Hochladens sicherstellen, dass auf keinen Fall urheberrechtlich geschütztes Material online geht. YouTube kann das nur über eine automatische Erkennung von Inhalten lösen, sogenannte Uploadfilter. Uploadfilter sind also nichts anderes als Algorithmen, die versuchen, Urheberrechtsverletzungen zu erkennen und zu sperren. Das Problem, Algorithmen können keine Urheberrechtsverletzungen erkennen. Eine Urheberrechtsverletzung ist eine juristisch sehr komplexe Sache. Uploadfilter hingegen können nur Inhalte wiedererkennen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um etwas Strafbares oder ein legitimes Zitat handelt, kann ein Computerprogramm nicht feststellen. Das Resultat, Uploadfilter werden im Zweifel immer sperren. Lädst du zum Beispiel eine Staffel Game of Thrones bei YouTube hoch, begehst du klar eine Urheberrechtsverletzung. Ein Uploadfilter würde das erkennen und sperren. Nimmst du aber zum Beispiel nur einen Ausschnitt aus einer aktuellen Folge und machst ein Meme daraus, kannst du dich auf das Zitatrecht berufen und handelst völlig legal. Der Uploadfilter kann das aber nicht unterscheiden und zensiert deinen Meme. Du kannst es also gar nicht erst veröffentlichen. Dazu kommt noch, dass auch ein Uploadfilter nicht zu 100% alle Urheberrechtsverletzungen erkennen kann. Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, dass Urheberrechtsverletzungen trotz Uploadfilter nicht gesperrt werden. Plattformen wie YouTube müssten also alle möglichen völlig legalen Inhalte zensieren und sperren, weil Uploadfilter nicht zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können. Dass zusätzlich dazu die Uploadfilter überhaupt nicht alle Urheberrechtsverletzungen erkennen können, hat einen ganz einfachen Grund. Uploadfilter müssen auf Datenbanken zurückgreifen. Artikel 13 gilt aber auch für Inhalte, die gar nicht in diesen Datenbanken gelistet sind. Das bedeutet, Uploadfilter würden zwar massenhaft legale Inhalte fälschlicherweise sperren, könnten die tatsächlichen Urheberrechtsverletzungen aber nicht mal zu 100% erkennen. YouTube könnte also nur noch geschäftliche und verifizierte Kanäle von Partnern anbieten. Auf der einen Seite stehen also Medienkonzerne und die Content-Industrie, die das Gesetz auf den Weg gebracht haben. Auf der anderen Seite steht Google bzw. YouTube. Google möchte seine finanziellen Interessen verteidigen. Du, also der normale Nutzer, bleibst in der ganzen Debatte aber auf der Strecke. Das Schlachtfeld um Save Your Internet dreht sich längst nicht mehr darum, was das für dich am Ende bedeutet, sondern nur noch um die Profitinteressen großer Konzerne. Doch was kannst du dagegen tun? Bereits seit dem Sommer gibt es die europaweite Kampagne Save Your Internet. Save Your Internet richtet sich gegen Linksteuer, Artikel 13 und Uploadfilter. Gestartet wurde die Kampagne von der Piratenpartei und einer Handvoll anderer Organisationen. Maßgeblich verantwortlich hierbei ist Julia Reda, die die gesamte Aktion Save Your Internet ins Rollen gebracht hat. Julia Reda ist Abgeordnete der Piratenpartei im Europaparlament und kämpft dort seit fünf Jahren für ein freies Internet ohne Zensur, in dem du abseits der Interessen von Konzernen anschauen kannst, was du willst. Am 26. Mai 2019 sind Europawahlen. Dabei treten die Piraten mit ihrem Spitzenteam aus Patrick Breyer, Gilles Bordelet, Sabine Martini, Björn Semrau und fünf weiteren Experten in Sachen Datenschutz, Urheberrecht und Bürgerrechte an. Damit wir auch weiterhin für dein Internet kämpfen können und eine starke Gegenstimme gegenüber der Content-Industrie stellen, braucht es eine starke Piratenfraktion im Europaparlament. Außerdem haben die Aktivisten von Save Your Internet bereits über zweieinhalb Millionen Unterschriften gesammelt. Mach auch du mit. Teile dieses Video und zeig, dass du dir dein Internet nicht wegnehmen lässt. Gebet. Ich bin immer mit. Ich bin immer mit. Dann werde ich es in einem vidéos. Vielen Dank.